Vergrößern, verkleinern Hatem Ben Affar steht auf der Liste des BVB-Urheberrecht Getty Images nach Marius Wolf könnte Borussia Dortmund gleich den nächsten Neuzugang perfekt machen. Lucia Fabre jagt angeblich seinen Ex-Spieler Hatem Ben Affar. Lucia Fabre bastelt weiter intensiv am neuen Kader von Borussia Dortmund. Mit Marius Wolf hat der BVB bereits den ersten Neuzugang verpflichtet. Kommt nun bald ein weiterer hinzu, wie Lekip berichtet, soll sich Fabre mit hartem Ben Affar beschäftigen. Der Offensivspieler spielt nach einigen Eskapaden bei PSG schon lange keine Rolle mehr und darf den französischen Meister ablösefrei verlassen. Bevor Fabre 2016 bei OG Zenica anhäuerte, hatte Ben Affar eine starke Saison beim Team an der Cote d'Azur. Ben Affar rausgeworfen gut möglich, dass sich der neue BVB-Coach zutraut, mit dem schwierigen Charakter klarzukommen. Bei Mario Balotelli hatte Fabre es bereits bewiesen, Ben Affar wurde bereits vor über einem Jahr aus dem Profi-Team von PSG geworfen, weil er sich abfällig über Coach Una Emery geäußert hatte. Das einjährige Verbannung feierte er mit einer Torte und Kerze. Das einjährige Verbannung feierte er mit einer Torte und Kerze.